Herzlich Willkommen zu Dental English To Go. Ich bin Sabine Nemetz und ich lade euch ein, mit diesem Podcast euer Englisch aufzufrischen. Ich möchte euch zeigen, dass es ganz leicht ist, sich im Praxisalltag auf Englisch zu verständigen. Jede Woche schauen wir uns eine bestimmte Situation in der Zahnarztpraxis an und trainieren die passenden Vokabeln und die richtige Aussprache. So, here is your weekly dose of language refresher. In today's lesson, we will talk about the use of fluoride in dentistry. So, let's start! Fluoride is a naturally occurring element that helps to strengthen teeth and to make them more resistant to cavities. Fluorid ist ein natürlich vorkommendes Element, das dazu beiträgt, die Zähne zu stärken und sie widerstandsfähiger gegen Karies zu machen. Fluoride is often called nature's cavity fighter. Dental decay is caused by bacteria that live in our mouths. They feed on leftover food they find there, specifically between teeth, including sugary drinks. When these bacteria consume sugars, they release acids that attack tooth enamel. Over time, damage to this protective outer layer of our teeth is the gateway for cavities. Explaining how fluoride works to the patient Every day, your tooth enamel gains and loses minerals. Minerals are lost when acids attack the enamel. This process is called demineralization. Minerals like fluoride and calcium are gained when food and water that are consumed contain these minerals. Fluoride helps fight dental decay by repairing the damage these acids can do to our teeth. It can even reverse early decay. This repair process is called remineralization. When is fluoride intake most important? Infants and children between the ages of 6 months and 16 years benefit from an appropriate amount of fluoride. Developing teeth need fluoride just as much as teeth that have already grown in. Adults can also benefit from fluoride, especially if they have a dry mouth, gum disease, and a history of dental decay. If you have crowns, ridges, braces, or removable partial dentures, fluoride will be helpful too. How to explain a fluoride treatment to the patient A fluoride treatment in the dental office is quick and pain-free. It is usually part of a routine dental check-up or teeth cleaning and takes less than 5 minutes. A fluoride gel, foam, or varnish is applied to your teeth. Is fluoride toxic? Fluoride is safe and effective when used properly. It can be dangerous if consumed in high doses. The toxic dosage level depends on a person's weight. It is difficult to reach dangerous fluoride levels in over-the-counter products. Parents should supervise the child's use of fluoride by A. Avoiding flavored toothpaste as children tend to swallow these. B. Using only a pea-sized amount of fluoridated toothpaste on the child's toothbrush. Here is your overview of the vocabulary of this week's lesson. To supervise. Beaufsichtigen. To grow in. Wachsen, durchbrechen, kommen. To attack. Angreifen. Appropriate. Angemessen. Pea-sized. Erbsengroß. Dangerous. Gefährlich. Over-the-counter. Rezeptfrei. Varnish. Lack. Dry mouth. Mundtrockenheit. Intake. Einnahme. Zufuhr. Repair. Wiederherstellung. Reparatur. Acids. Säuren. Das war unsere Lesson für diese Woche. Nächste Woche vertiefen wir das Thema Fluorid weiter. Wenn ihr noch mehr Dentalenglisch trainieren wollt, empfehle ich euch mein Buch Dental English, erschienen im Quintessenz Verlag oder auch die Fachzeitschrift Teamjournal. Hier findet ihr in jeder Ausgabe eine Übung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast. Es gibt jeden Montag eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt auf Instagram oder an podcast. Alle Links und Adressen findet ihr auch in den Shownotes. Ich sage goodbye and see you next week. Das war Dental English To Go mit Sabine Nemetz. Der Englisch Podcast für den Praxisalltag. Ein Quintessenz Podcast.